Sie müssen gut geschult und gut trainiert sein, um im Notfall sicher agieren zu können. Und das können Sie bei uns lernen. Das heißt, Sie können Struktur erlernen, die Sie benötigen, um in Notfallsituationen gut und sicher agieren zu können auf der einen Seite. Und was Sie auch brauchen, ist, dass Sie im Team gut und sicher agieren können und die Teamdynamik verstehen und beherrschen. Und auch das können Sie bei uns im Rahmen unserer Simulationstrainings üben und mitnehmen in den Arbeitsalltag in Ihrer Klinik oder in Ihrem Arbeitsbereich.